Terme Bad Wörishofen Palmen, Wärme, Wohlgefühl Willkommen in der Südsee Sich von wohlig warmem Thermalwasser verwöhnen lassen Auf Sprudelliegen entspannen Oder die Beweglichkeit und Ausdauer des Körpers Bei der regelmäßig stattfindenden Wassergymnastik verbessern So traumhaft Kann Gesundheitsurlaub sein Absolute Ruhe und wunderbare Entspannung garantiert das Mindestalter von 16 Jahren Exotische Cocktails und frisch zubereitete Speisen genießen die Gäste in der Thermengastronomie Im Kneipp-Parcours bringen verschiedene Kaltwasseranwendungen den Kreislauf in Schwung In den drei Becken der goldenen Onyx-Grotte spüren die Gäste die gesundheitsfördernde Wirkung von Sohle, Schwefel und Selen Herrlich entspannen lässt es sich auf einer der zahlreichen Liegen unter echten Palmen und in den drei Farbtherapieräumen der Therme Eine professionelle Massage schenkt Wohlbefinden und Entspannung Von der ruhigen Therme aus gelangt man über die Umkleide oder die Galeria mit Friseur, Restaurants und einladenden Geschäften in das Sport- und Familienbad Blue Fun Hier finden Sportbegeisterte ein 25 Meter Becken zum Schwimmen Auf die kleinen Gäste des Familienbads warten Spiel, Spaß, Action und kurvenreiche Rutschpartien Die jüngsten Familienmitglieder gehen in den Bambini-Pools auf Abenteuerreise Bei angenehmen 35 Grad gibt es so manches zu entdecken Und immer samstags erobern Familien auch die Thermen- und Saunalandschaft Von 9 bis 18 Uhr ist unser Familiensamstag Das Saunaparadies wird seinem Namen mehr als gerecht Wohltuende Wärme spüren, die Sinne mit aromatischen Düften verführen In elegantem Ambiente entspannen und den Gaumen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen Das ist Urlaub für Körper, Geist und Seele In Backhäusle genießen die Gäste den wunderbaren Duft von frisch Gebackenem Und spüren die wohlige Wärme auf der Haut Die im maurischen Stil gestaltete Alhambra entführt mit exotischen Düften und Gewürzen In die geheimnisvolle Welt des Orients Bei der Klangschalenmeditation finden die Gäste tiefe innere Ruhe Nach einem heißen Saunaaufruß bieten die tosenden Wasserfälle in den Felsenduschen eine erfrischende Abkühlung Bei schönem Wetter öffnen sich die riesigen Glaskuppeln und die Sonne scheint in jeden Winkel des Thermen- und Saunaparadieses Unter dem grünen Blätterdach des Garten Eden laden großzügige Ruhebereiche zum Entspannen und Träumen ein Von hier aus genießt man den Blick auf die türkisglitzernde Sauna-Lagune und den weißen Sandstrand Unterschiedlich thematisierte Sauna- und Wellnessangebote sowie zahlreiche Aufguss- und Beauty-Extras sorgen für ein unverwechselbares Sauna-Erlebnis Die faszinierende Unterwasserwelt mit schillernden Koi-Fischen bewundern die Gäste beim Fahnenaufruß in der japanisch inspirierten Meditationssauna Die Therme Bad Wörishofen bietet gigantisches Saunavergnügen in einzigartigem Ambiente Perfekt wird der Urlaubstag bei einem exotischen Cocktail an der Poolbar Feierabend unter Palmen Was gibt es Schöneres als den Tag in traumhaftem Südsee-Ambiente ausklingen zu lassen Therme Bad Wörishofen Entdecke dein Paradies Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017